Okay, ähm, das, okay, Hacker ein unter Strom stehenden Bot. Mietenpistole. Okay, der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Einfach mal drauf gezimmert. Ich hab dem, äh, Dingens gar nicht mehr so zugehört grad. Wir haben deine Waffe, ja, ich lad meine Waffe ja schon nach. Und von wo hat dem Andere mich, äh, geschossen? Das hab ich da nicht so wirklich gesehen. Da. Okay, da an der Treppe ist eine. Eine verrückte Braut. Was ist denn ein Patienten? An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, dass er zu seinem entahnden Oberflüten missbrauchen kann. Ach, da ist noch ein Bot. Ach, da ist noch ein Bot. Hey. Ich weiß nicht, ob das hier auf Zeit geht. Ach, da oben ist das Teil. Ähm, oh, da kommt schon die Flüssigkeit. Alter, wie komm ich hier oben weg? Hier. Ähm, oder auch nicht. So, so. Nach oben. Komm, ich brauche... Was brauche ich hier? So einen brauche ich. Ne, andersrum. Haben wir einen, der andersrum ist hier unten. Oder den hier, den hier nehme ich. Der ist besser. Und geradeaus durch. Würde das passen? Ja, okay. Fertig. Ach, heck, erfolgreich. Das geht doch ein bisschen auf Zeit. Okay, der ist jetzt auf meiner Seite. Ah, der hat mich doch ein bisschen erwischt. Kann ich mich jetzt hier umsehen? Okay. Gut, ich gehe dir mal nicht in die Schussbahn. Okay, beschäftige du dich mal mit der Oma. Boah, die springt ja. Das ist mal sehr interessant. Die kämpfen zu sehen. Okay, die ist hin. Ich glaube, noch eine ist hier nicht, oder? Hier geht nichts dabei. Ich habe gerade ein bisschen Angst, hier weiterzugehen. Ich will nicht sterben. Ich bin schon zweimal abgenippelt. Das wäre nicht nett, noch einmal draufzugehen. Und hier sind überall Tonbänder. Ich bin schön. Ja, voll. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte? Meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Das war doch voll der Heddy. Okay, das war gut. Alter, wie von sich selbst eingenommen ist der Doktor denn? Ich bin der Schönste und ich war schon immer schön. Alter, der ist doch voll durchgeknallt. Die habe ich sehr schön erwischt. Endlich mal einen guten Schuss. Okay, hier ist noch eine. Boah, hier sind so viele Wege. Ich will alles erkunden. Bisschen Moni. Moni kann nie schaden. Den hatten wir schon. Wo geht es hier? Objekte kaufen. Können wir auch was hacken hier? Alle Presse reduziert. Okay, Ergebnis der Fall. Äh, okay. Okay, da oben müssen wir hin. Da explodiert irgendwas hier auch. Okay, wir müssen hier unten rum. Oh, fuck. Das geht schnell, das geht schnell, das geht schnell. Autsch. Ach, boah, das gibt einem ja einen richtigen Schlag. Oder habe ich gerade von der so kassiert. Wie viel kostet das denn? Hey, hallo. Was geht denn hier bei dir? Schrotmunition. Pistolenkugeln, MG-Patronen. 40 Stück. Ich habe drei Patronen. Super. 360 kann ich haben. und Panzerbrechende Munition. Ja, okay. Mausrad oder B, da kann ich die Muni dann wechseln. Ich habe eine Panzerbrechende Kugel. Hier ist noch ein Thronband. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Parasiten werden bestraft. Ja, du bist auch ein Heini. Okay, das Geld spare ich mir erstmal noch auf. Wir sind ja eigentlich ausgerüstet. Oder ausgerüstet, meine ich. Okay, hier. Wir müssen, glaube ich, nach unten. Wir kommen hier, glaube ich, nicht durch, oder? Doch, wir kommen hier hin. Alter, wo kann ich denn hier überall lang gehen? Ich sag gute Nacht, meine Liebe. Och, du Scheiße. Was? 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 Nee. Alter, wie stark ist der? Ich hab dem einen Headshot verpasst. Aber ordentlich. Oh, 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 oh. Okay, der ist ein bisschen bekloppt gewesen. Kiste mit Granaten? Leer. Zwei Headys. Ionischer Schrot. Okay, und meine Leiche ist auch verschwunden. Die hat die auch in die Luft gejagt. Das ist nicht sehr nett. Ja. Ja. Hast du recht. Kann ich mal machen. Internal Flame. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Liebende Erinnerung. Alter, das ist doch... Ah, nee, das ist irgendein anderer Winzer Hoffner. Ich trinke mal etwas. Ich trinke mal etwas. Schön regenerieren. Ich trinke mal etwas. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen wieder und wieder. Die begradigte Nase, das mag... Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Reins Augen und Ohren. Okay. Kann ich die ausschalten? Du gehst immer um deine Karte zu checken und Tipps. Okay. Karte. Was? Die Pfeile im Notzugangstaugrücker kann nur mit einem speziellen Schlüssel erreicht werden. Das hat dich informiert. Dr. Steinmann hat den Schlüssel. Im Chirurgenflügel des Medical Pavillon. Ja. Ist der hier hinten oder wo ist der Chirurgenflügel? Ich bin ja hier irgendwo. Eternal Flame. Hier geht's runter. Aha. Foyer, Notzugang. Ah, das sind die Geschäfte. Hier geht's runter. Und hier entlang. Ich guck mir noch... Ich guck mich hier noch hinten mal um. Wenn wir hier überall Kameras haben, glaube ich, ist das keine Guti, die da lang zu gehen. Ist gut. Komme ich hier noch irgendwo links rum? Äh... Das sieht doch ein bisschen zu fröstig aus hier. Okay, ich glaube... Das war's. Hier komme ich nicht lang. Dann gehe ich mal unten gucken. Was es da noch so gibt. Hier kann ich hier noch ein paar Kisten. Maximale Gesundheit. Okay, da könnte ich mich auch irgendwie heilen, weil da wahrscheinlich... Irgendwelche Heilsachen drin sind. Alter, der... Der hätte hier richtig gemetzelt. Äh... Äh, der... Und hier ist alles auch ein bisschen, äh... Frostig. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, es ist mir auch schlurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt, voll zu laufen, wird der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Okay. Auf jeden Fall sehr viele Tonbänder und Krams hier zu finden. Huch. Ah. Das ist ja ein schöner Raum. Leer. Huch. Was zum... Okay. Wir kriegen Gesellschaft. Oh doch. Wo kamen die her? Ich hab doch grad alles abgesucht. Und wieso hat sich der Eimer grad selbstständig gemacht? Autohacker? Gesammelt Autohacker. Alter, was hab ich... Alter, was hab ich... Okay, ich glaub, ich hab mich jetzt grad ein bisschen besoffen. Okay, also Bier. Bier ist gut. Okay. Was macht die da? Was macht die da? Die kam von hier hin. Du bist minderwertig. Ein Nichts. Komm her. Ich hab meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Was geht bei dir? Nicht mit mir, meine Kleine. Warum sind die wieder alle da? Ich... Wo kamen die her? Ein Kuchen. Kuchen sind lecker. Kuchen sind gut. Eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Ich bin ein Mensch und kein Sklave. Okay. Steinman Kills. Ja, das hab ich schon bemerkt. Medistation Hallen. 16 Dollar. Okay. Ich hab noch genug Heiltränke. Boah. Und alles unter Wasser. Sieht schon krass aus. Dank der mutiger genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschdrohung. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Was soll das denn wieder heißen? Die Gewöhnlichen. Und ich frage mich, wann wir so einem Kerl das erste Mal gegenüberstehen? Ich glaub, das ist schon ziemlich ein dicker Brocken. Hm. Schönheitschirurgie. Wird ja immer bester. Aesthetics. Moral im Imperativ. Ja. Ich kann das sehr gut lesen. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Nö, aber das wäre sonst doof. Sonst wäre es immer alles so alleine. Genau. Okay. Und einen Weg in die Chirurgie finden, damit zu stylen. Zumut. Gott mag keine Brückeberger. Das Bleistere lässt es Kraft mehr an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du einen Tänikinese-Plasmik in den Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sie ihm wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Das Bleistere lässt es nicht.